hallo liebe eltern hallo liebe musikhilfer kinder ich grüße euch ganz herzlich und ich hoffe es geht euch gut und ihr seid auch noch alle wohl auf und gesund das wäre sehr schön wenn ihr mit euren eltern ein bisschen was zusammen singen könntet oder auch wenn ihr keine instrumente habt könnt ihr kissen benutzen töpfe benutzen kochlöffel der gegeneinander schlagt also das geht da gibt es viele möglichkeiten und es gibt ja jetzt um die jahreszeit auch ganz tolle lieder wie zum beispiel alle vögel sind schon da also ich melde mich gleich noch mal mit ein zwei spiel vorschlägen bis gleich hallo liebe eltern hallo liebe musikhilfer ich grüße euch ganz herzlich okay das erste lied das kennt ihr das ist wenn du fröhlich bist dann klatsche in die hand also wenn du fröhlich bist und da haben wir ganz bestimmte abfolge was wir machen müssen und das geht so wenn du fröhlich bist dann klatsche in die hand wenn du fröhlich bist dann klatsche in die hand wenn du fröhlich bist und halte ja dann sag es allen weiter wenn du fröhlich bist dann klatsche in die hand wenn du fröhlich bist dann stampfe mit dem fuß wenn du fröhlich bist dann stampfe mit dem fuß wenn du fröhlich bist und halte ja dann sag es allen weiter wenn du fröhlich bist dann stampfe mit dem fuß wenn du fröhlich bist dann rufe laut hurra hurra wenn du fröhlich bist dann rufe laut hurra hurra wenn du fröhlich bist dann rufe laut hurra hurra wenn du fröhlich bist dann dann mache alles drei. Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mache alles drei. Hurra! Wenn du fröhlich bist und heiter, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra! Hurra! So, das war das erste Lied. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.